Hallo, willkommen zurück bei Larry, hier im dritten Teil. Der letzte ist ein bisschen länger geworden als gedacht und ja, Larry Reloaded, das Spiel, das die Zuschauer, ja, trennt. Die einen sagen, total das coole Spiel, die anderen sagen, es hätte besser sein können. Ja, hau ab. Und ich habe festgestellt, dank eurer Kommentare, hier gibt es so viele Möglichkeiten zu sterben, das ist unglaublich. Auch wenn ich hier längere Zeit draußen stehe, wird irgendwann ein Schläger kommen und mich kaputt kloppen. Es ist, also, ganz ehrlich, das kotzt mich an. Wir hatten in der letzten Folge das festgestellt, dass wir hier, äh, Moment, habe ich, äh, Aluhol? Ja, ich habe Aluhol. Das heißt, ich kann nicht mit dem Taxifahrer fahren. Oder, warte mal. Okay, jetzt, nein, warte. Und ja, die Steuerung hier ist auf jeden Fall besser als in dem allerersten originalen Teil, aber, ähm, aufgrund, okay, so kann ich es auch machen. Aufgrund hier der, äh, des Doppelklicks ist es echt anstrengend. So, jetzt gucke ich mal, ob ich jetzt hier irgendwo hinkomme. Ja. Und wir... Letztes Schild für zwölf Meilen. Hier passiert ein Straßenschild. Was ist denn das jetzt schon wieder? Oh. Danke. Ich werde es jetzt nicht runter machen. Was? Ach so. Ah, ich muss ihm das jetzt auch noch geben. Oh, 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 oh. Das hatte man mir auch in die Kommentare geschrieben, dass ich hier Geld irgendwie verdienen muss. Thanks, kid. Ah, ja, ja. Ach, du Schatz. Sewage, just saying. Was? It's a fireplug. Hehe. You said plug. This art gallery has been closed ever since they displayed that naked Charlie Manson urinating on Mohammed painting. Mhm. Was that controversial or something? Okay, komme ich hier vielleicht auch um die Ecke? Wohin komme ich? Oh nein, 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 nein. Hä? Wie cool, ich kann vor dem weglaufen. Da komme ich wahrscheinlich nicht rein. Ja. Ah, ah. Dachte ich mir schon. Pass, bitte. Ich versuchte, ich versuchte. Pass, du blockierst mich. Und du bist viel größer und stärker als ich. Also, es macht es extra schwer zu kommen. Du musst mir deine Passage zeigen. Du musst mir deine Passage zeigen. Du musst dir eine Passage zeigen. Wie soll ich eine Passage zeigen? Ich spreche mit der Management. Okay. Ich muss in die Insel. Du musst mir deine Passage zeigen. Du musst dir deine Passage zeigen. Du musst dir eine Passage zeigen. Wie kann ich die Management sagen, wenn du nicht in mich verletzt hast? Die Management acceptiert die Applikation für die Passage für die Passage, von 9 Uhr bis 5 Uhr. Bitte zurück. Dann gehe ich zurück. Danke. Ah, ich verstehe. Es ist ein Puzzle. Okay. Oh, ja. Oh, das ist so schade, dass man das nicht animiert hat. Oh, schade. Ah, ich komme hier auch so durch die Stadt. Na, hervorragend. Was haben wir hier? Da ist die Galerie wieder. Und hat 24 Stunden offen. Die Kommungo ist nur das letzte Name für diese Depressed Corner-Store. Es war die Snatch-N-Run, und bevor das, es war Eaten Out. Die Kriminale in der Stadt von der Stadt kreieren sie als die Smash-N-Grab. Willkommen bei der Kommungo. Bitte, behalte deine Hand, wo ich sie sehen kann. Ich hoffe, niemals in meiner Leben, dass ich alles wieder so weile wie deine heutigen Exhalationen riechen. Warum wieder ein Inder? Ich muss sofort an Kaya-Yana denken. Ah, da ist Ranget-Bambala-Patera. Ah. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Okay, wir schauen uns erst mal um. Ich liebe meine Bier, wie ich liebe meine Frauen. Cheap, cold und bitter. Es ist Can-O-Chum, das Fleisch-N-Grab mit 1,001-Use. Extruded bei einer hohe Ebene für ein extra-flavor. Die Schäuze sind unter anderem mit einer variety von anderen Kanned-Hausholden-Stapeln, wie die Schäuze, die Schäuze, die Schäuze, die Schäuze und die Schäuze mit einem Schäuze. Mm. Hör, sie haben Boxo-Stuff. Es ist eine Schäuze und Körnungs-Stapeln, alle in eine. Die Schäuze sagt, dass es eine Rolle von BALAN-Stillnäß. Schau mal die großen Artikeln in diesem Thema von Biggins. Hier ist ein, um zu verbrechen in die Schäuze von Abenteuerungen. Hier ist ein, um zu verbrechen, um zu machen, um zu machen, um zu machen. Oh. Das könnte ein Problem sein sein. Du hast kurz ein Problem von Martha Spewitt-Living. Sie sagt, Leute, putz ein Sprig von Rösemerry unter deinem Skrotum die nächsten Mal, wenn dein Partner dich liebt. Its gelieblich ist auch das Stalist-Vellatio. Das ist eine gute Sache. Du hast den nächsten Problem des Süden Leering, aber du bist nicht der Demografie. Du hast das dieses Months Good House Kicking. Es ist sehr Intimidativ. Du hast kurz auf eine Kopie von National G. Its Grafik, aber es ist nicht auf die Hype. Schau mal die großen Artikel in diesem Hier ist Hier ist ein Das könnte sein Du hast kurz Du hast kurz Du hast die 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 Das Die Also das muss ich auch dazu sagen Ich habe gelesen, dass die deutsche Version, also sprich die deutschen Untertitel extrem zensiert wurden auch was den Witz angeht was das Original hier beinhaltet Das finde ich ein bisschen schade Wäre bestimmt lustig gewesen Oh, hey, hey, hey. Einfach unten die kurze deutsche Beschreibung. Wow, sogar der Kuhn-Goh hat seine eigene Maschine. Eine batterte Mikrowave sitzt auf dem Kounter. Und wir wollen batterte. Der Kuhn-Goh hat so viele Kuhn-Gohen aufgeteilt. Der Kuhn-Gohen ist permanent mit einer Kuhn-Gohen. Fast-Food-Preise sind hier festgestellt. Niemand von dem, was euch interessiert, interessiert. Sie haben alle die populärsten Zigaretten-Brande hier. Ja, nachdem du etwas kaufen willst, wir müssen eine neue Kuhn-Gohen kaufen. Der Kuhn-Gohen hat eine Reihe von popularen Kuhn-Gohen, wie Wartner's zufrieden Lentil Toffee, Crunch & Scream Dental Chew, Carnage Patch Kids, und Lique made in appropriately named Dipping Candy. Sie tragen Kuhn-Gohen hier, aber sie müssen hinter der Kuhn-Gohen gehalten werden. Dieses Kuhn-Gohen ist speziell entwickelt, um Dirt, Wasser, Kaffee, Creamer, cheese-flavored Mucilage, Slushy-Syrup und Geld. Okay, das könnte vielleicht noch wichtig sein. Gut, dann schauen wir mal, was wir uns hier nehmen können. Wir können nicht dir Bier in diesem Spiel kaufen lassen. Oh. Weil die Software-Sensoren nicht ermöglicht es? Nein, weil die Bier-Manufaktur uns nicht ermöglicht haben. Diese Kuhn-Gohen sind alle gesperrt, genau wie der Mann, der verwendet die Sachen, und um drei Kuhn-Gohen zu essen. Es ist immer sehr schrecklich, wenn jemand so jung, aus dem Kuhn-Gohen gehalten wird. Sie schnell durch die Kuhn-Gohen sind, schauen Sie für die Kuhn-Gohen in der Kuhn-Gohen, aber Sie kommen in der Kuhn-Gohen. Das ist meistens eine Kuhn-Gohen. Sie haben viel Blatt-Spray für heute, und Sie brauchen keinen anderen Kuhn-Gohen. Ihre Kuhn-Gohen ist nicht bis zum nächsten Mal. Sie nehmen die Biggans, die größte Interessante der Kuhn-Gohen. Ja, Baby! Sie haben bereits... Sie haben meine Kuhn-Gohen, meine Kuhn-Gohen... Sie haben bereits... Okay. Alles hier ist verhindert, um die Verlusten wie Larry und die Zuschauer wie du. Ich kann nicht Soda drinken. Die Buhren gehen direkt auf die Kranie. Ich meine, literalmente... Ich habe eine Kuhn-Gohen. Ich habe eine Kuhn-Gohen. Ich kann nicht. Mein Doktor sagt, zu viel Kaffeein stimuliert meine Libido. Die Bühne-Spray werden dich in ein Tier, Larry. Oh. Hardy Steenwein. Ich mag es nicht so gut wie Napa Valley Outhouse. Aber es ist ebullient und syrupy. Ja, Baby! Das war richtig schön animiert jetzt gerade. Oh. Danke für das Browsing. Ja. Ja, du könntest diesen Kuhn-Gohen essen oder du könntest ihn einfach in die Toilette und sich 45 Minuten abschaffen. Diese Kuhn-Gohen sind alle über ihre besten Kuhn-Daten. Das ist ziemlich mischuldig, daß die Kuhn-Gohen nicht wirklich verhörter werden. Lass uns ein bisschen diskreit darüber sein. Ich verstehe, dass du interessiert in unseren Bühne-Kontroll-Daten. Was macht Larry? Ja. Ich möchte einen von deinen besten Prophylaxatives. Wir haben alle Männern von Lover für euren stuppenden Freunden. Welchen Lover möchtest du? Woher soll ich das wissen? Welche Länge würdest du? Welche Texture würdest du? Welche Texture würdest du? Welche Fisch würdest du? Welche Fisch würdest du? Welche Feuchtigkeit würdest du? Welche Feuchtigkeit würdest du? Welche Form von Lubrikation würdest du? Welchen Schmuck würdest du? Ja, Papa! Da geht's dir. Vielen Dank! Hey, alle! Dieser Perf hat es gerade gekauft! Stilbelte Radial, Jumbo Small, California Redwood Girth, Ribbed, Snakeskin, Allfaithful Capacity, Caffeinated, Musk-Scented Lubber! Was ein Perfurt! Was? Was war das denn? Okay, das muss ich nicht verstehen. Gut, dann reden wir mal mit ihm. Wir sind 24 Stunden für alle deiner unverschämten Nehmen. Oh, okay. Ja. Probieren wir es mal. Was ist das? Hm, sieht gerade noch anders genug aus, um eine Klage zu verhindern für eine genaue Inspektion des Angry Broads Automaten. Äh... Okay... Du kannst nichts machen mit dieser Maschine. Sie scheint sich in permanentem Demo-Mode zu befinden. Du kannst... Du... 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 Da behalte ich mein Geld lieber. So kann ich jetzt hier rausgehen, weil ich hab ja noch nicht bezahlt. Oh. Oh nein. Ach, das kann doch nicht sein. Ich hätte doch noch bezahlen können. Oh. Um. Oh, Gott. The clerk takes back your magazine, your winebox and your condom. Now you have to go all through that selection process again. Nein. Na toll. Gut, können wir hier weitergehen? Oh nein, da kommt... Nein, nein, nein. Oh. Das kann... Nein, oh Mann. Das kann doch nicht sein, dass der jedes Mal wiederkommt. Wenn ich mich beeile vielleicht. Beeil dich, beeil dich. Oh, Leute. Also das nervt. Ach, der kommt mit Geld jetzt, ne, wieder? Nee. Ja, tut mir leid, aber ich hätte zwar jetzt welchen kaufen können, aber... considering you're clearly homeless, you smell pretty neutral. Yeah, the birds and snails, the secrets picked pretty clean. Ähm. 43 Dollar, okay. Boah, wie teuer war denn der Einkauf da? Taxi call. Taxi! So, dann gucken wir uns noch fix was anderes an. Und dann soll es das gewesen sein. Okay. Okay. So, da sind wir, da sind wir. Was haben wir denn sonst noch hier? Okay, die beiden haben wir noch. Judy! Warum fährt der jetzt... Mal kleiner Überhang im Hang. Es wäre jetzt sinnvoller gewesen, einfach hier rumzufahren. Aber nun gut. Danke! Was haben die alle mit meinem Mund? Ja je. Aber das hier sieht geil aus von der Textur. Wedding ready. Okay. Was? Hier steht auch so ein Automat. Das kann doch nicht sein. Guck mal hier oben die Lampe. In Form eines Penises. Those new PFLs, Penile Fluorescent Lights, get very bright and generate a lot of heat. But they burn out quickly. I don't know. It's a durable, quality lectern from Stern Lecterns. Remember, when you want to deliver a lecture at a lectern, make it a Stern Lecture. A holy glow emanates from the beautiful stained acrylic windows. These were stolen from the Liberace Museum. Authentic pre-prayed in Pews, entrusted to the chapel by someone charitable. Okay, kann ich irgendwas nehmen? You're not making any speeches today. You get... They... They... Don't talk... You try... You can't... You can't... The Ribbons... The Rib... You... Okay, dann üblich. Ja, schön hier mal gewesen zu sein. Danke, tschüss. So, Freunde, und bevor... Ja, ja, ja. Bevor der Teil jetzt hier wieder auch endlos lang wird... You don't need any of that litter. At least not now. Machen wir hier... Schluss, da stehen schon wieder Müllcontainer. Machen wir Schluss und sehen uns dann, ja, bei der nächsten Folge hier wieder bei Larry Reloaded. Ich bin gespannt und, äh, was wir noch so alles entdecken werden. Macht es gut, bis dann, schönen Abend noch. NRW bei 18. Adieu. Ja, ich bin gespannt. Vielen Dank.